hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play team auf meiner zweiter deutschen übersetzung von den g-trans mit dabei ist der killbill und mit dabei ist die mary und wir haben ja keine zeit wir haben keine zeit leute wir müssen nicht mehr zu dem boss hier wir haben ja schon den ganzen part rum und voll krass kommt jetzt genau hier ziemlich genau hier der boss sagte killbill mary sagst du auch noch hallo hallo ich bin jetzt haben wir wieder vier türen eine für zum bus ja genau die kommen wir mal die andere noch kundig sind das sind immer zum bistrinnen und so also vampire man nicht mit kiemen die berühmten unter wasser vampire mensch blutwolf und silberwolf das silberwolf stand ja okay die teilen aus alter das gibt ja noch teilen die aus weil wir alle jeder sucht sich seinen eigenen gegner ist und nein oder wir sind alle dort nein wir sind überhaupt nicht tot ja die haben um das schon vorher ausgeteilt bitten da guck du lebst noch wir leben noch mehr noch mary lebt noch mary mary seite noch lebt aber komm noch hin jetzt musst du erst mal wieder ein level abholen oder was also ich lebe noch ich habe noch ein hp bei mir ja ich auch irgendwie nee ich bin aber tot schläge ich schlieg auch gerade ich bin begonnen ne quatsch ich ne hör mal auf hör mal auf hör mal auf hör mal auf kurz jemand kurz noch mal raus ich will noch mal ich glaube wir leben nämlich noch ja ja wir leben irgendwie noch jetzt bin ich tot jetzt bin ich tot jetzt kannst du schnell jetzt kannst du schnell 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 boah mary das ist voll verkackt ey du hast voll verkackt eh ich habe ein voll karakter plötzlich jemand anderes steuern werde ich auch nix machen oh tschuldigung ich vergaß dass ich ja die kontrolle manchmal übernehmen ich habe schon zu verkackt eh ja da wissen wir jetzt mehr dran schuld war ne nein doch nein doch nein doch pkats vermasselt ach ich wusste es nicht was ich muss wissen dass ich hier schon wieder weil das schon tausendmal passiert ist tausendmal das letzte was überhaupt nicht passiert wieso bin ich jetzt passt gut ihr könnt währenddessen einsteigen ich renne schon mal vor und jetzt gehen wir auch bitte auf einen gegner und zwar auf den werwolf ja aber die sind beide so in der nähe sind beide scheiße wer ist scheiße die werwolf ja na ja trotzdem lasst uns doch mal alle auf eingehen damit der schneller tot ist und mary kann zaubern dann macht mary die wieder schwach ja genau die macht sich schwach mach sie schwach trommeln schwarzen 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 eine nicht zauberter zauberter der blutwolle vorerst das war auch die zauberter er war auf zu zaubern hier ne das ist das ist ja die haben wollen magie-effekt und Tom-Moddy ja das bäschel Prozent die der kriegst welche mit dem Oh yes, wir sind gut. So, Mary, jetzt kannst du hier nochmal aussuchen. Wie macht es da mehr Stärker? Immer gut. Guck mal, es braucht ihr einfach, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind viel besser geworden. Ja, ja, Roundhouse. Roundhouse kickt, kleiner zur Besuchung. Gott und Drack. Bäm, Junge. Oh, was ist denn hier los? What the fuck? Was ist denn, wir machen die denn so einen Quatsch? Warte. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich. Eingruss, doch runter. Ach du Scheiße, wir müssen was machen? Heilen, heilen, irgendwie heilen. Nein, 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 das nützt nichts. Wir müssen uns entzaubern irgendwie. Ja, hier, Heilkraut. Mit einem Heilkraut. Das ist doch keine Vergiftung. Ich probier's. Okay, probier's. Ich bleib hinten. Ich bin back up. Nein, ich bin back up. Ging nicht, ging nicht. Ich wollte die einfach mal schwächen, dann... Heilkraut ging nicht, kann ich da... Heilkraut ging auf jeden Fall schon mal nicht. Heulen, rum. Knick, knack. So, Heilkraut ging nicht, was haben wir nicht? Na, Hammock, ne? Ne, dann müsst du normal zaubern, dann musst du... Du kannst doch deine Angriffskraft erhöhen. Ja, genau. Ha. Oh, 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 oh. Warte, ich mach, ich mach. Ne, ich lade mich an selber, aber das kann ich. Ne, das dauert viel zu lange, aber. Du hast keine Ahnung. Aber dabei gibt nur ein Bombon, ne, reicht ein Bombon. Gib mal ein Bombon und dann mache ich es selber. Das geht schon. Gib mal Bombon, die müssen alle aber haben. Nö. Ach, meine Verantwortung. Hm, wie immer. Ja. Schleck und Tipo, ja, wäre schwächen, auch gute Idee. Ich greife die mal an, damit ich mir ein Special-Vollkriege, weil das wird ja nicht geschwächt. Ich gehe voll an ab, ey. Wui, 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 wui. Ich muss schon voll nachdenken, was du machst bei den Hirn, ne? Ja, irgendwie. Bo, wo, wo, Mary's gleich hin? Hm, ich mach's, ich heile Mary. Ja, okay. Ich gebe dir schon, ja, du kannst dich auch selbst heilen, aber du kannst doch einfach die Gegner überschwächen. Ja, bei mir. Gib mal ein Honig, die gibt 500, das halt genau hin, weil ich jetzt auch nicht mach's alles voll. Ja, die gebe dir den, das ist okay. Weil die hat gerade 36, das ist okay. Ich hake schon mal den Special-Knopf. So, da guckt wie da jetzt nämlich nicht geschwächt ist. Oh, verdammt. Ja, ich sehe es ja nicht, weil hier immer irgendein Amt war. Nee, es war geschwächt, irgendwas mit 60, 80, 87 waren es. Boah, ist ja voll Hardcore, wenn ihr abgehen, die Assis, ey. Ich ziehe mir noch 16. Ich fahre noch den Boss. Oh ja, der wird dann voll easy. Bestimmt. Weil es kein Sieg, warte mal, komm hier rüber. Hä? Hä? Hier fehlt ein Gegner. Der ist auch noch aktiv, siehst du ja, ne? Weil es jetzt werden ja die umgekehrt, die Power weg. Ja. Egal. Weg hier. So bestimmt, aber bestimmt doch, boah. Na ja, klar. Oh, boah, scheiße, ich will nochmal aufladen. Oh ja, la, ja, heil uns alle. Und am besten auch das Zeug aus dem Lager holen, oder? Ja, genau, der kommt nämlich leider, wo ist hier. Fuck you, ey. Kill be heilt Peck, kill be heilt Mary, kill be heilt alle. Ich mach die Heilungsrunde. Danke. Ich brauchte doch nicht noch mal, oder? Doch, doch, doch. Hab mich drauf geachtet. Du achtest nicht, ob du willst. Ja, ja, ich weiß. Zum Beispiel, wenn wir alle sterben, dass du deine Kontrolle übernimmst. Ja, danke. Ja, okay, jetzt kriegst du dann Bonbon. Ich geh mal, ich hol mal den anderen Stuff aus, in unserem Rucksack. Ja, mach das, Mann. Warte, geht nicht? Geht nicht, ach, ich muss stattdrucken. Den Stiff. The Mother of Stuff. The Mother of Stuff. Können wir noch Lebenswasser einstecken? So, schnose. Schokis haben wir noch voll. Und wo nix. Ja, oder? So, das war's. Heilkräuter brauchen wir erst mal nicht. Nehme ich mal so an. So, weiter geht's. Ich bin im Kampf ready. Wir gucken rein. Und wenn der Gegner sind, gehen wir gleich wieder raus. Ich hab schon mal da unten gedrückt, aus Sicherheit. Da ist sonst nix. Da gibt's ja nur die Tür. Okay, bis schon wieder weg hier. Nein, doch. Ich bin da. Nein, ich höre dich nicht. Doch. Nein, ich höre dich nicht. Scheiß, die Wandern. Fuck you. Foto-Affen-Aarisch. Bitte, Gegner. You, F. Äh, Mary, zaubern. So, tut's aber euch ruggeln, oder wie sind das? Was, wie bitte? Tut's bei euch an, bitte ruggeln? Nein. Ich bin mir übelst lex hier durch die ganzen Gegner. Auch nur, wenn Gegner da sind. Was geht hier ab? Ich hab' on, ne, die haben sich auch. Boah, mit 200, oh, einer gleich hin. Ey, was ist denn hier los? Ich bin jetzt einfach, aber wir müssen sterben bleiben. Ja, ich bin fast zu. Ich gezaubert hab. Tu mal was Gescheites nehmen. Ja, Shogi, genau, Shogi. Das war, äh, ja. Sehr gut. Krasse, ey. Ich brauch' auch gleich. Oh nein. Oh nein. Ich hab' ihn geschwächt, der dürfte nicht mehr so viel abziehen. Magie-Schwächung, ja? Ja. Alle down. Alter, was ist hier los? Du hast magie-geschwächt. Ja, ich hab' magie-geschwächt. Was war das jetzt magie-geschwächt? Das ist magie gewesen, ja. Ja, daneben. Boah, hast du schon wieder voll? War das auch die richtige, die du da geschwächt hast? Das waren sie, nee, 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 nee. Mary hat ein Silberwolf geschwächt. Nein, ich hab' den Blutwolf geschwächt. Ich hab' den Blutwolf geschwächt. Ja, aber vielleicht hast du dann noch mal weitergeklickt und ich hab's bloß nicht gerallt. Ja, auf jeden Fall dürfen wir nicht unter 400 eigentlich bei den Wölfen kommen, wenn ich das richtig gesehen hätte. Da bringt Zauber auch nichts. Aber warte mal, der hat ja auch gesagt, wir sollen eigentlich zu so einer Stadt da gehen. Und ja, obwohl jetzt sind wir schon hier beim Schweizer Punkt, sag' Quatsch. Das ist genau vom Endlos. Obwohl, ne, am Ende ist der Endlos übelst Hardcore. Na, oder der ist am Ende übelst easy. Oder irgendwie sehen, was man nicht. Ich lass mich jetzt echt überraschend, du. Wie, ja, so, kommt ihr mit ins Spiel? Weil wir sollten ja, ich bin doch da. Nee, du läufst mir hinterher. Nein, das bist du drin. Ich bin ganz alt schon drin. Nein. Ich hab' die genau in Steuerung ausgewählt, so wie du sie gemacht hast. Ja, hoch. Wie kannst du noch mal? Was machen wir jetzt? Wir sprechen, aber, aber, aber. Am besten. Am besten aufpassen, dass unsere nette Unter-Sagenung ist. Ich geh' noch hin und ich mach' Backup. Ich bin heil-Backup. Nee, du musst auch mit draufhauen. Dann muss ich auch mal draufhauen, okay. Du hast Magie, du kannst heute so einen Ninja-Stern haben. Oh, ich hab' das selber-Wolz zaubert auch. Ja, ich hab' das selber-Wolz zaubert auch. Ja, ich hab' das selber-Wolz zaubert auch. Ja, die machen sich nur stärker. Ja, die meine Kraftwasser machen, die laden sich auf. Ja. 290, Ableitung. Hey, cool. Das wird jetzt voll geil. Ich hätt' meinen auf. Oh. Ups. Oh, ja, so ein Affen-Arsch. Ich muss mich heilen, ich bin ein blöder Arsch-Wolf. So, wie viel du mal krieg' ich Löffel? Ich bin ein gearschter Wolf. Oh, jetzt wird's mal, Harry. Oh, jetzt wird's mal, Harry. Oh, 400. Ich sag' die zehn übel vier ab mit 400, ey. Er wird echt mehr Energie in die Rüstung reinhauen müssen, irgendwie. Ja, toll, ein Punkt mehr dauert nicht viel. Hast du ne Ahnung? Na, jetzt ist er schon tot. Okay. Doch, Mary sind. Ja, wir holen Mary wieder. Wir holen dich wieder, Mary, von den Toten. Ja. Ist ja voll Hardcore, was hier abgeht, ey. Müssen wir uns aus der Strategie ausdenken, bevor wir weiterkommen. Achtung! Mach den Mund, mach den Mund tot. Ja, das sind nur die kleinen Viecher, ja. Ja, aber der hat uns das letzte Mal voll platt gemacht. Der? Der Höllenhund? Ne, der andere war das. Der hat uns, der hat uns geschwächt, der andere. Der Höllenhund, der hat bloß so'n Feueratm. Den. Bin der mainst? Ja, das mein ich. Weil das ja klar ist, ne. Weil das Klaus! Ja, vielleicht ist sie auch auf jeder Etage einmal speichern, ne. Nein. Nein. Schönen wir auch. Nein. Schönen wir auch, nein! Ich hoffe vor dem Boss kommt wenigstens nur immer Spanns. Ohohohohohohoho, ich bin gleich da und kippe auch. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob wir vielleicht doch die Arme Räume mitnehmen sollten, um noch ein paar EP zu bekommen. Ich weiß ja, wie der Boss hier drauf ist. Keine Ahnung. Warum hältst du Mary übervoll? Hat die gar nicht gekämpft? Na, ist egal. Das macht ja Gewohnheiten. Ich wurde wieder benehmt. Die hat wohl keinen Finger krumm gemacht, oder was? Hallo, ich wurde wiederbelebt. Ach ja, stimmt. Du warst ja wieder benehmt. Also sie hat sich voll in den Kampf reingedrückt. Ich habe voll einig Fresse bekommen. Volle Möhre. Volle Möhre. Du warst halt der Tank. Ne, das geht runter. Wieso geht's da runter? Was ist da runter? Nix. Doch, da ist was. Ey, wegen dir gucken wir jetzt. Oh, nur einmal guckst du da. Ja, wir gehen doch gleich wieder hoch dann. Und mit Wetten, da ist jetzt wieder dieser Viererraum. Hä? Ne. Hä? Ich bin leicht durchminder. Dezent, ne? Hä? Ein Labyrinth. Fuck. Wenn die Kicker zu schwer werden, sind wir bestimmt auf dem falschen Kurs. Wenn die Zierer aus der Gesundheit so eine Treppe ist, dann dach ich mich... Oh, scheiße. Da war gar nichts. Wuss. Mehrer Raum. Was ist denn los? Was ist denn da los? Ich hätte ruhig eine Speicherstatue reinstellen können. Ja, echt mal. Ja, genau. Wenn das schon so ein leerer Raum ist. Ich habe ja genug Platz gewinnt. Ah, nicht, nicht, nicht weiter runter gehen. Sonst kommen die Gegner nämlich gleich. Lass uns den erst mal... Hier, Meri, Schwäching. Schwäching. Sehr gut, sehr gut. Jetzt tritt er doch einfach jetzt. Ich komme nicht dazu, den Knopf zu drücken. Weiß, wo ein Blutwolf. Ja, genau, Blutwolf. Sehr gut. Der kriegt hier gleich noch Schuyuken ab. Tanz der Vampirwölfe. Und dann auch den anderen Katzen Kleiner mit Spächen. Ja, der andere, was soll ich bei dem Spächen? Ähm, seine Affäre. Ja, weiter. Damit ihr den schneller kaputt haben können. Weil der heilt ja seine Kollegen. Und sich selbst. Er kriegt überhaupts Maul, klar. Äh, achtet mal mit auf eure HP, ne? Ich habe jetzt nur noch 194. Okay, oh, den muss man auch dann. Ich bin auch voll. Oh, sehr gut, ich habe auch ein Special. Oh, oh. Oh, schnell Vitality. Wovor ich hier geheilt werde. Das hat auch richtig was gebracht. Ja, so vier Punkte. Richtig, da müssen wir uns noch zubauen können. Ja, nein, 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 nein. Kippe, heil dich noch. Ich bin schon, weil es hier noch kein Risiko. Ich rette dich. Ich habe halt erst ein Tisch genommen. Ist das echt nett von dir? Ja, sehr nett. Also manchmal bist du halt doch nicht. Ja. Und ich kann ja schon mal ein paar Heinz-Wampir-Pier-Pier-Pier-Pier. Und ich habe bei SNS-Projects, habe ich hier auch noch eins damit zu tun. Was? Hintz. Also, verstecke alle Hinweise. Und zwar bei SNS-Projects habe ich neue Patches hochgeladen. Ja, okay. Jörg DS-Spieler und GBA-Spieler. Voll geil, sagst du. Und PSP-Spieler. Gattest du noch eine News schreiben, die die Video gucken, werden es wahrscheinlich schon eher wissen dann. Aber da sind schon ein paar neue hochgeladen. Und, ach so, und eine neue Kategorie habe ich auch noch angelegt. PC-Übersetzungen. PC-Übersetzungen? Cool. Was ist das also drin? Es gab für PC-Spieler auch Übersetzungen. Drei Spiele habe ich mittlerweile gefunden, die übersetzt wurden, sind aus dem Englischen. Okay. Auch relativ neuere sogar. Die Aplo 3. Deswegen, also, wenn man PC-Übersetzungen auch hatte oder es gibt, dann werde ich die da auch dann alle da hochladen. Aber direkt, aber auch nur Spiele, also keine Programme oder sowas. Okay. Nur Spiele. So, jetzt habe ich hier unsere Bonbons mal ein bisschen verschwendet. Ja, das ist nicht cool. Also, wie gesagt, das ist auch ganz neu. Also, die, die Video gucken, werden es wahrscheinlich schon eher dann in den Genuss kommen. Alle anderen werden es dann mit der News mitkriegen. Lebenswasser, wo haben wir es? So, das ist weit weg. So. Honig. Schokis. Heichen ab Schoki, ja, ne? Okay, ist klar. Honig. Honig ist ja das Mittel der Wahl. Wie weit haben wir schon gespielt? Wir sind es bei 16 Minuten. Wollen wir den Paum unterbrechen? Ja, kommen wir dann auch machen. Okay, also sehen wir uns an den nächsten Pott, Leute. Wenn es wieder ist, Let's Play Seat auf meiner zweiten Übersetzung für den G-Trans. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Bis dahin. Und schaut im Forum vorbei. Und schausen. Und schaut im Forum vorbei. Schaut im Forum vorbei, Alter. SNS-Projects.de. Entschuldigung, dass ich mal SNS-Projects sage, aber... Ja, besonders im Download-Bereich. Gut, tschüss. Macht's gut. Schausen. Tschüss.